Mit wem leaden wir? Ja, mit wem wir leaden? Mit Philmatics leaden wir, weil er wahrscheinlich mit Pikachu leaden wird. Weil er wahrscheinlich mit Pikachu leaden wird. Auf in den Kampf. Leute, der stärkste Trainer im ganzen Spiel. Oh, hör dich diese Musik an. Oh, immer wieder Gänsehaut. Was? Ach ja. Ich bin so ein Vollspaß. Was spielen wir hier seit über 30 Parts? Seit fast 40 Parts? Und dann komm ich hier an und sag, ja, der leadet ja mit Pikachu. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja. Egal, hauen wir drauf. Ach, ich hoffe so sehr, dass jetzt im letzten Kampf hier keiner stirbt. Alter, das wäre so scheiße. Derjenige, der das Pokémon symbolisiert, der wird mir das nie vergeben. Der wird instant deabonnieren. Nr. 1 ist down. Oh, ich hab da keinen fucking Luvia oder so. Als ob der tatsächlich nen Relaxo benutzt. Wupps! Überstrahl! Ja, Gips mir richtig! Komm! Gips mir Dogi, Gips mir Dogi, Gips mir Dogi. Gips mir Dogi. Beste Leben. Nein! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt kommt der an mit Walzer. Ich will's heute richtig wissen, ja? Richtig wissen will ich's heute. Wie hoch sind die Chancen, dass wir ihn jetzt treffen? Ich weiß, hier hätte jetzt perfekt die Szene gepasst, wo C3PO in Star Wars 570.000 zu 1 gesagt hat, aber leider konnte ich weder die deutsche noch die englische Version davon finden. Egal was, ich kann nicht wechseln. Wenn ich wechsel, ist das Pokémon tot. Wenn ich mich heile, bin ich auch tot. Ich muss ihn jetzt töten. Stahlflügel. Er trifft schon mal. Bitte bring ihn um. Gott sei Dank. Oh, ich hab gerade gezittert beim letzten Strich. Das hat so kurz gedauert. Pixie. Okay. Wieder ein bisschen Entspannung hier. Und wir bringen ihn nicht um. Doch! Bringen wir mit nem Crit. Wunderbar, Sushi. So will ich das sehen. Wer kommt jetzt? Oh ja, komm! Übertreib halt richtig! Impergator, mein Arsch, ey! Komm, stirb Impergator, stirb! Nice! Volltreffer, den hättest du mal eher bringen können. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Richtig! Traguran, Alter! Wie die eff! Das nächste kommt wohl noch Hu-Oh oder so. Willst du mich mobben? Ja, ha! Ähm! Das könnte jetzt schief gehen! Yes! Oh Gott! Oh Gott! Das Leben weggeswitcht hat, ne? Aber Leute! Wir haben's geschafft! Wir haben's wirklich geschafft! Randomizer Nuzlocke zu Pokémon Silber! Bestanden! Schaut auf jeden Fall deinem nächsten Projekt ein! Bis dahin, Leute! Ciao! Ciao!